Schicken Sie doch bitte morgen mal ein paar Muster, Kollektion 7, denke ich am besten, an die Firma direkt. Das war alles. Schönen Dank. Senor Colombo ist dein Geschäftsführer, nicht wahr? Ja, und zugleich unser Hauptbuchhalter. Willst du schneller was essen, Luigi? Nein, nein, das mache ich nachher im Flugzeug. Naja, dann können wir ja. Sag mal, soll ich mir nicht lieber ein Taxi nehmen? Unsinn, ich bringe dich hin. Guten Flug gehabt, Senore. Wie? Ja, ja. Aber ich habe es eilig, bitte fahren Sie schnell, ja. Hier, um die Ecke, da müsste es gleich sein. Moment, 24, 26, da, hinter der Lampe. 32, sagen Sie? Ja. Ja, das ist es. Verdammt, dieser Regen. Aber es brennt noch Licht im Haus. Warten Sie, ich bin gleich wieder da. Du ausseilt nicht, Senore. Zum Bahnhof fahre ich in sieben Minuten. Danke. Danke.